ich habe ich hier noch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von woher was für ein ding wo ist mein hund ich brauche ein skelett wo ist der hund du hast ein hund er hat mir den kopf gegeben was macht ihr da ich will den hund ziehen was für ein hund seit wann haben wir hunde ich habe ein hund das ist mein hund nein warum ich setze mir jetzt hier ein hund hast du die dinge gezähmt los, taurus, rev was hast du nicht, was hast du nicht, oder? äh, ssssssssit du Arsch hast ihn gezähmt ich bin ich auch so googles, ja kommst du jetzt aber nicht google wenn du mich noch weiter angreifst nein 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 ein fool ich aus nein ok oh ja gii bin ich gibt es ne- botan ja m der weiløx möchte bubbles haben hau mit deinem blöden hund ab payaa man hat sich den hund getämpft den ich mal im inventar du hatte du hast sehen mir gegeben alle das ist so als würde ich meine katze in deine obhut geben und das wäre jetzt deine ja ich hab jetzt gemacht aber irgendwie ja bei euch da drüben was macht das ist einfach nur schön wie hast du ihn gestorben die augen hast du ihn gestorben nein er ist einfach nur gestorben stets severo fraff fell ich krieg schon wieder das Zeuginstrumentar ich hab deinen hund umgebracht ich hab dir einen hund umgebracht passiert einfach mal gar nichts ich blase euch weg oh da ist was kaputt gegangen wo ist es wo ist es was hab ich wieder hingesetzt du meinst dann nein ok ich muss mal ganz kurz bei whatsapp was gucken ich will das dich aufsammeln du hast mir alles genommen melvin ich machs mir wie john wick du hast mir alles genommen melvin ich machs mir wie john wick kann ja sein kann ja sein mann ich hab so fette finger ey perrocks kannst du jetzt mal aufhören warte ich hole gleich ne zige aka mich das mach ich was ganz schlimmeres was denn willst du mir noch în hun klauen Nicht nur das Voll professionelle Aufnahmen, ich stehe hier rum und schreibe bei Whatsapp Ja So So Was, die Musik ist schon zu Ende? Die eine Stunde ist rum Nein 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 Warte mal Warte, warte, warte Ich würde das ja am liebsten vorlesen, aber das ist ein bisschen was Privates hier Irgendwann musst du ja nicht Ja, ne, es geht halt Okay, wenn die Folge erscheint Wohne ich ja schon längst bei mir in der Bude Aber es geht halt um den Umzug Wegen Waschmaschine und dem Schrank helfen Weil das sind die einzigen zwei Teile, die ich nicht alleine wegkriege So eine Waschmaschine wiegt ja schon ganz schön was Bloodmagic wollte ich weitermachen, genau Ich glaube, ich weiß, warum ich nicht so krassen Schaden kriege Charux, das musst du da Hä? Ich Warum kriege ich kein Geräusch mehr bei Bloodmagic, wenn ich Habe ich ein Soundmuffler? Oh Ja gut, ne, Soundmuffler ist ja keiner Tyrox, du musst mal ganz kurz herkommen Ich bin aber gerade am Rasenmähen Ist mir egal, bewegt deinen Arsch hierher Du bist Sklave, du musst gehorchen Warum sind meine Dings als Freund? Wo bist du? Bei mir, bei der Bloodmagic-Ecke Warte, ich 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 Ja, was Was denn? Äh, nimm mal den Den Dolch aus der Doppelkiste Stell dich mal an den Altar und zapf dir mal Blut ab und sag mir, ob du irgendeinen Ton bekommst Sacrifice Dagger hier Ja Oder macht der dich instant auf ein halbes Herz runter, ne hier, bei dem hier Das sollst du nicht machen, rausnehmen und in die Luft gucken und rechts klicken Macht oh nix, oder? Ne Oh doch, halbes Herz Ja Äh, jetzt hab Jetzt kam selbst bei dir das Geräusch Aber Äh, ich muss nochmal Müll wollen, gemütene Rüstung Du kannst mein Chatbank haben Aber, ne, du bist schon hier bei mir Aber Wieso krieg ich kein Abzapfgeräusch mehr Ja Da, da fehlt mir Ein bisschen Scheiße, mein Stock Mein Wind Blazer Oh, zum Glück Äh, jetzt muss ich kurz was gucken Das war mein Deine Öpfel, deine Knochen hab ich noch hier Ja Das ist seltsam Aber gut Äh, tja, wie mach ich das? Es gibt keine verkackte Blutruhne Ich kann den Go nie aufbauen, den Bloodmagic, Alter Ja Geht wieder los Oder ich muss nachher mal googeln Scheiße, muss ich kurz wieder laufen Den Wommel zu Äh, minus Und Maven 1 3 Das wäre dann hier Geil, ne? Doch hier Und 2, 8, 4 Das wäre dann Hier Ja Setz jetzt die Blutruhen dahin Hast du eigentlich was anderes zu tun, außer man Rasen zu mähen? Nein Okay Ich muss den Klimawandel regulieren Minus 1, 8, 2 Was für ein Klimawandel Minecraft gibt's Ich mach nen Dieselgenerator Ja Und dann gibt's nen Klimawandel Auf einmal gibt's eigentlich irgendwas mit Diesel? Los Diesel Biodiesel Nämlich so beschwert im Kopf Der bestimmt irgendwie Fuel oder so, oder? Es ist Ender IO drauf, na klar Fuel Hier Guck Mhh Ah Äh Steam Generator Ah Okay So Also das die Blank Rune und nicht die Blood Rune Das sind die bescheuert? Können die das nicht einmal ordentlich schreiben? Außer dein Vorgarten, ja Dein Vorgarten, der ist Nicht schön Eine ganze Insel besteht aus nem Garten Warum? Denn dein Vorgarten Weiß es nicht warum Ja Das ist interessant Warum? Ich mach dir viel bessere, äh Findest du nicht mal Blumen? Oh, witzig Na egal Das sind meine letzten zwei, wenn du mir das vermasselst, ne Ich sag es dir Ich hab noch 10 St- Was, wie viel? 10, äh, 10 Zeppelins Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acht, so Äh, ich brauch noch mehr Stone So, was geht hier drüben ab? Ich hab das verloren, tut leid Nein Das hat grad geleckt Mann, ich will diese scheiß Zizien hier ab Und die Blumen auch nicht Also bestimmt Erde oder so Mensch, Melvin Hast du keine? Oh doch, du hast Erde Äh Ich hab's ersetzt Alles klar Ich weiß auch Das ist falsch Es lädt grad ein bisschen Ja Ist der große Generator noch an? Nein, der ist nicht an Der ist aus Ich guck jetzt Vorsichtshalber nochmal nach Das war grad Das war grad extrem Mein Reaktor ist an Ja, ich muss meinen anlassen, weil ich noch Zeug durchhaue Alter, was ist das für ne Truhe? Eine große Aber was für eine große? Größer als deine Das hört sich so falsch an Ja Ja, aber Tyrox steht da drauf. Ja, was ist hein? Äh, Melvin? Da ich dir deinen Hund leider nicht mehr zurückholen kann, hab ich dir was anderes dafür gegeben. Ich munter dich das ein bisschen auf. Achso, wenn ich die Scheiße... Oh, nee, jetzt sammelt ich die Kacke wieder ein. Du musst einfach unten drunter. Was ist Soul Free? Tyrox, was machst du? Was? Hast du dein Problem mit meinem Geschenk? Ich bin kein Veganer. Beleidigst du grad Veganer? Nein, ich bin selber einer. Unbeschwerter drauf reagieren. Iiiiih, du bist Veganer? Was? Tyrox, bist du Veganer? Junge, ich hab eben grad ne richtig geile Pizza gefressen. Mit Salami und Peperoni. Veganer Peperoni. Alter, als ob ich ne vegane Peperoni esse. Ja. Ja. Ich unterstütz. Äh, Peperoni ist vegan, das weißt du ja. Salami und Peperoni. Ja, weil du nur Peperoni gesagt hast, du meinst Peperoni, äh, als ob ich ne vegane Peperoni esse. Hab ich das? Ja, das hast du. Ja. Ich mag vegane Peperonis, ich bin glutenfrei, glutenfrei, ich bin eine Salami, ich bin glutenfrei. Eine Salami ist immer glutenfrei, ich bin glutenfrei, ich bin was besonderes. Okay. Gesundheit. Glutenfrei. Glutenfrei. Okay, Karox. Ja. Glutenfrei. Gesundheit. Immer noch. Aber danke, deswegen hab ich jetzt so nen Reward-Bag, hier, Common Loot-Bag, mein ich. Ich hab Zucker, ich hab Tape, damit kann ich dir deinen Mund zukleben. Nee, kannst du nicht. Doch. Nein, kannst du nicht. Ich hab Zucker. Ey. Melvin, komm her. Nein. Das könnte jetzt ein bisschen we- Hä? Was machst du? Oh, da ist es runtergefallen. Guck mal. Was ist das? Danger of- Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ich- Ich steh mir zum Abzweeten her. Ey. Irgendwann ne wunderschöne Pistole. Ich hab außerdem meine Zunge zuge- Hallo, kannst du aufhören? Okay. Irgendwas ist hier. Ja, aber ich dich hinschieb. Nein. Nein, hallo. Hör. Ich wollte kein Glied-Ohr. Ist das Glied-Ohr? Ja, das kloppt schon. Ja. Kann ich mal darauf zugreifen. Ja, was? Ja, weil das Gras zu hoch war. Deswegen kann- Deswegen kann- Ey. Du hast mir die Scheiße besorgt, also. Habe ich nicht, du hast sie genommen. Nein, du hast eben gerade Hähnchen. Also wer's hier wem besorgt, darüber müssen wir noch, äh, diskutieren. Oh Gott. Ich schenk den Segelboden. Also, dieses Teleskop hier, ja? Das funktioniert gar nicht, ja? Ich kann meine wunderschöne Base noch nicht mal angucken. Also mit dem- Also das guckt gar nicht auf deine Base, also die ganzen Daten. Alter, geh raus, bitte. Mann, Mabel! Ich komme hier nicht raus, Mensch. Hä, du fliegst bei mir! Ich backe hier fest. Alter, hier lecks. Kapp, kapp. Oh, Mann. Kannst du mich von hier hinten? Ja. Warte mal. Jetzt noch auf. Ich steh genau hier. Ja. Ein Problem wenig. Okay. 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 Du bist jetzt mal jemandem Maskottchen. Oh Gott. Das kannst du ja gar nicht leisten. So viel wie der Essen tut. Oha, hör doch jetzt auf. Ich baue dich sogar frei. Ich baue dich sogar frei. Rejoin- Reconnecte nochmal. Hallo. Ich versuch dir zu helfen. Ich versuch dir zu helfen, Mann. Rejoin nochmal. Bitte. Fähl dich nicht die ganze Zeit auf meiner Insel. Ja, was, was du hier machst. Na ja, wenn wir dir das sagen, dann... Hahahaha. 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 Sooo. Ja, du warst dann auch erst. Die Zwei Bitz Oder mal Slash Spawn, meine